Meeresleuchten Als Meeresleuchten werden Lichterscheinungen im Meer bezeichnet, die sowohl an der Küste als auch im offenen Meer beobachtet werden können. Sie werden der Biolumineszenz, die Fähigkeit von Lebewesen, Licht zu erzeugen, wie auch Glühwürmchen zugerechnet. Das klassische Meeresleuchten wird durch Ansammlungen von Mikroorganismen erzeugt. Zu den Organismen, die ein Meeresleuchten auslösen können, gehören unter anderem Dinoflagellaten, wie etwa Noctiluca scintillens. Dinoflagellaten sind Einzeller, die zu den Algen gerechnet werden. Das Meerwasser leuchtet also nicht selbst, sondern wird durch die dort lebenden Kleinstlebewesen ausgelöst. Durch einen Berührungsreiz senden sie mehr oder weniger lange Lichtsignale aus. Das Leuchten, das durch die Berührungsreize ausgelöst wird, lässt sich auch am Strand beobachten. Wenn in der Brandung Meeresleuchten zu beobachten ist, kann man es auch im Sand des Strandes hervorrufen, indem man mit den Händen oder Füßen über den Sand streicht. Die Organismen, die man dabei berührt, werden als kleine leuchtende Punkte sichtbar. Meeresleuchten ist nur gelegentlich anzutreffen, denn die erforderlichen Mikroorganismen treten keineswegs immer in erforderlicher Konzentration im Meerwasser auf. Die genauen Rahmenbedingungen für das Auftreten von Mikroorganismen sind bisher nicht restlos geklärt. Die genauen Rahmenbedingungen für das Auftreten von Mikroorganismen sind bisher nicht restlos geklärt.